Liebe Politiker, mein Name ist Stefan Hermsen. Ich bin Geschäftsführer beim Eventausstattungsunternehmen Eventura, die Veranstaltungsprofis aus Nordrhein-Westfalen, einem Unternehmen mit 42 Beschäftigten. Wir, die Event- und Messebranche, beschäftigen deutschlandweit ca. 2 Millionen Menschen. Wir sind die Menschen, die hart und viel arbeiten, während andere feiern. Wir sind die Menschen, die in der Flüchtlingskrise in kurzer Zeit Auffanglager bauen. Wir sind nicht die Gastronomie. Wir sind ein ganz eigenständiger Wirtschaftszweig. In dem, was wir tun, gehören wir zur Weltspitze. Wir gehören zu den Unternehmen, die die Krise mit am härtesten trifft. Wir haben keine Umsatzeinbrüche. Wir haben durch die Maßnahmen der Politik alles verloren. Ein Vierteljahr ohne Umsatz, ohne Einnahmen und kein Ende in Sicht. Die Absagen gehen heute schon bis 2021. Und egal, was die Politik an Lockerungen beschließt, der Normalzustand im Eventbereich wird es zeitverzögert einsetzen. Wir können nicht einfach aufschließen. Unsere Kunden planen Monate vorher, aber aktuell passiert selbst das aufgrund der Unsicherheit nicht. Ich mache dieses Video, damit Sie verstehen, welche Folgen die getroffenen Maßnahmen für uns haben. Welche Ängste uns Unternehmer plagen, weil wir Verantwortung haben und diese auch fühlen. Wie es ist, wenn Medien und Politik kaum ein Wort über so große Not verlieren. Jedes Interview, in dem über Fluggesellschaften oder Automobilhersteller gesprochen wird, ist für mich als mittelständischer Unternehmer in Deutschland ein Schlag ins Gesicht. Die großen Konzerne mögen unser Aushängeschild in der Welt sein. Aber der Motor, der unser Land antreibt, sind auch wir. Unternehmer, die mutig sind und etwas aufbauen. Liebe Politiker, die Maßnahmen, die zum Schutz der Gesundheit in der Vergangenheit getroffen wurden, waren auch aus meiner Sicht richtig und wichtig. Aber so unterschiedlich, wie sich Corona auf den Menschen auswirkt, so unterschiedlich wirkt es sich auch auf unsere Wirtschaft aus. Die Eventbranche muss intensivmedizinisch betreut werden. Der Entwurf zur Überbrückungshilfe vom 20.05.2020 ist nur Aspirin bei akuter Atemnot. Beachten Sie dazu die eingereichten Studien unserer Verbände. Bitte halten Sie das gegebene Versprechen, niemanden im Stich zu lassen. Geben Sie uns wieder eine Perspektive. Dann werden auch wir wieder gesund. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.